Ihr könnt die Omen nicht ignorieren, Arcanthos. Poseidons Missfallen ist nur allzu deutlich. Wir müssen helfen, die Belagerung von Troja zu beenden. Wenn wir jetzt ausrücken, sind wir erst dort, wenn die Schlacht geschlagen ist. Und selbst wenn wir rechtzeitig eintreffen, können wir nur noch das Banner von Atlantis zeigen. Keine Aufgabe für einen Admiral. Wir würden Agamemnon beleidigen, wenn wir einen der jüngeren Offiziere schicken. Er beschwert sich bereits über die geringe Aufmerksamkeit gegenüber den griechischen Kolonien. Nein, ihr müsst es sein. Meinen heiligen... Kastor, bleib hier! Bring die Petropoli herauf! Atlantis-Streitmacht ist unterwegs. Halte den Hafen, bis sie eintrifft. Arcanthos ist ein Held und sehr effektiv im Kampf gegen mythische Einheiten wie Kraken etc. Leiche Orthos. Sehr gut, aber wir sollten auf weitere Angriffe vorbereitet sein. Er ist bereit, dass wir noch mehr Tuxotis in der Schießanlage ausgebildet werden können. Er ist bereit, dass wir noch mehr Tuxotis in der Schießanlage ausgebildet werden können. Er ist bereit, dass wir noch mehr Tuxotis in der Schießanlage ausgebildet werden können. Latsch zittere ich noch mehr Tuxotis in der Schießanlage ausgebildet werden. Läge... Poro! Orthos! Läge... Ismachin! Ismachin! Trostagmaume! Läge... Wurt! Das werden die Piraten noch beräuen! Läge... Fuss! Einige Dorfbewohner arbeiten im Dorfzentrum westlich des Hafens. Wenn sie einen bestimmten Rohstoff zu wenig haben, sollten sie ihnen befehlen, diesen zu sammeln. Läge... Ein weiterer Krake! Rosaldons Zörn ist deutlich! Ätimos! Läge... Ismachin! Ätimos! Kalos! Kalos! Läge... Kalos! Prostagma! Vulome! Prostagma! 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 Läge... Prostagma! 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 Vielen Dank.